Du hast doch gesagt, du willst mit deinem Fernglas Vögel beobachten, aber da mussten wir nach oben schauen, wo tatsächlich Vögel sind. Ich hab doch nichts von Vögeln gesagt, von Vögeln hab ich geredet. Die Hurnas, wie die Karnicke. Ja, hast du gewusst, dass sie ja Intim-Piercing hat? Ja, da schau her. Und ich hab immer geglaubt, du wärst gut gebaut, Rudi. Ja, da schau her.